Die Ökonomie der Menschlichkeit ist eigentlich eh ganz einfach. Wir sagen ja, die Maximierung der Menschlichkeit ist der größte Gewinn. Weil es einfach so ist. In der Wirtschaft natürlich muss Gewinn gemacht werden, aber es geht einfach immer um die Verteilung. Ich habe auch so eine Theorie aufgestellt, wo ich sage, legen wir das Hamsterrad um, dann liegt das Radl am Boden und dann sind wir in der Kreislaufwirtschaft. Und von dem bin ich sehr besählt. Und von dem bin ich sehr besählt.